Soll ich alle erklären, alle Meisterschaften? Einmal hier an den Wandsportsfreunden, seht ihr alle Auszeichnungen von mir. Das ist die zweite deutsche Meisterschaft in 14, dritte deutsche Meisterschaft in 10, vierte deutsche Meisterschaft in 6, neunte deutsche Meisterschaft in 9, neunte deutsche Meisterschaft, nee, achte deutsche Meisterschaft in 2, vierte deutsche Meisterschaft jährig in 2, siebte deutsche Meisterschaft in 16. Und die letzten drei Jahre leider keinen 600er, keine Bedingungen leider. Sonst hätte ich den schnellsten von Deutschland, schätze ich, aber keine Chance gehabt, ne? Ja, assalamu alaikum, hallo mrabbi, Klaus, Stein, Renk. Zweitens. 2.ınıa. 2. Seite des Verbandes. Über 5 600 km. Mmh. Nur für ganz weite Flüge. Ja, ja. Vierter Deutscher Meister 2002 Dritter Deutscher Meister Zehnter Deutscher Meister Siebter Deutscher Meister Achter Deutscher Meister Gibt es nirgendwo mehr in Deutschland zu sehen Eins, eins, eins Asia Alsoe Individual Große Beban Bis zu gegen 18.000 Tauben Höchste Zahl 18.000 Jetzt ja immer viele gestorben Alter weißt ja selber Hört ja selber gut Das war in diesem USA Hier im World In den sich Es ist ein guter für die Almagin. Die Almagin sind sehr gefährlich. Die Almagin sind die Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Die Almagin sind die Schmutz.